Sie, eine Flügelflitzerin, hat so einen Tipp, das kann man mal verraten, da habe ich mir auch viel Schlaf gemacht, sie schneidet sich immer alle Stutzen ab. Mein Gott, wenn sie dann weiter so gut Fußballspurt und deutsche Meisterin wird, soll sie uns recht sein. Und er ist Mr. Wembley. Auch wieder in den letzten Wochen von viel Pech verfolgt, aber wir alle wissen, was er an ihm hat und was er für den Verein auch in den letzten Jahren geleistet hat. Einer der ganz Großen auf diesem Planeten. Euer Applaus für Laura Feiersinger und Arjen Roth! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.